Wir müssen ihn und Alex auseinanderbringen. Wir müssen Tommys Beziehung für ihn beenden. Aber so ein Triller und dann Pony, wie kommst du auf die Idee, dich in Tommys Angelegenheiten als ein junges Erwachsenes? Das geht uns überhaupt nichts an, der kann machen, was er möchte. Haben die Brownies da? Ich hab Lust auf was Süßes. Wusstest du eigentlich, dass Tomaten eigentlich Obst sind? Meinst du, Ketchup geht dann als Smoothie durch? Aber... Keiner aber, kleiner Bahner. Beziehungen sind immer Kompromisse und wenn er sich aufgeben will, ist es dumm. Ja, aber lustig. Apropos lustig. Kennst du den schon? Kommt ein Pferd im Blumenladen und sagt, haben sie Margariten. Wieso lachst du nicht? Das ist lustig, weil Margariten klingt fast genauso wie...